Was sind Versicherungen eigentlich? Versicherungen decken gegen regelmäßige Zahlungen Risiken ab. Das heißt, wenn ich irgendwie Angst davor habe, dass mein Haus abbrennt, kann ich eine Brandversicherung abschließen und wenn mein Haus dann wirklich abbrennt, bekomme ich den Schaden ersetzt. Versicherungen profitieren dabei von unserer Risiko-Aversion, das heißt, dass wir ungern Risiken eingehen. Das ist ein bisschen wie eine negative Geldspiellotterie, da ich bei einer Lotterie auch, wenn ich regelmäßig spiele, jedes Jahr Geld einzahle und darauf hoffe, dass es irgendwann zu einem Gewinn kommt. Bei einer Versicherung ist es eher so, ich hoffe es zwar nicht, aber wenn dieser unwahrscheinliche Fall dann eintritt, bekomme ich Geld. Aber im Schnitt, das muss man wissen, zahlen natürlich alle Versicherten zusammen deutlich mehr Prämien an die Versicherungsunternehmer ein, als für Schäden ausgeschüttet wird. Das heißt, im Schnitt, das ist ganz, ganz wichtig, macht man bei einer Versicherung natürlich Verlust, da die Versicherung natürlich auch Gewinn erzielen mag. Die Versicherungen sind teuer im Vertrieb, die müssen abgewickelt werden. Es gibt teilweise Versicherungsbetrug, was man dann als ehrlicher Versicherter mitzahlt. Das sind diese Dinge. Das heißt, es ist sinnvoll, dass man sich nur gegen Versicherungen abdeckt, wo das Risiko relativ klein ist, diese aber lebensbedrohlich sind. Da macht es Sinn, wie beispielsweise es mit dem Haus oder auch bei einer Krankenversicherung, wenn ich irgendwie Krebs bekomme, dann kann die Behandlung schnell eine halbe Million kosten. Das können die meisten Leute nicht stemmen. Und deswegen muss ich da Beiträge zahlen, auch bei einer Brandschutzversicherung. Andererseits bei Versicherungen wie zum Beispiel ein Tablet oder ein Handy, da ist es ja eigentlich, wenn das kaputt ist, es ist kaputt, ich kann mir ein neues kaufen. Da macht eine Versicherung weniger Sinn. Auch muss man wissen, dass Versicherungen super Geschäftsmodell sind für die Konzerne, da man die sehr kalkulierbare Einnahmen haben und eigentlich im Schnitt immer gewinnen. Und daher kann man bei Versicherungen, gerade wenn man online spart, gibt es auf Investorschurch auch einen Vergleich, viel Geld sparen, da es ja eine regelmäßige Ausgabe ist, wo es sich besonders lohnt, wenn man hier die Kosten drücken kann. Entweder indem man einen besseren Tarif online findet oder sogar eine unnütze Versicherung kündigen kann. Dazu sei auch noch das Video empfohlen, welche Versicherung man eigentlich braucht. Wie gesagt, Versicherungen gibt es einerseits Pflichtversicherungen wie eine Krankenversicherung und eine Kfz-Versicherung, wenn man ein Auto hat, die sind gesetzlich vorgeschrieben, oder halt auch viele optionale Versicherungen, die Sinn machen können oder nicht. Nicht theoretisch kann man eigentlich sich gegen alles Mögliche versichern. Ihr kennt es ja auch von irgendwie Stars, wo dann ein Fußballer seine Beine versichert hat. Das heißt, wenn er dann irgendwie nicht mehr spielen kann, würde er eine große Summe bekommen, was dann eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, was aber auch normale Menschen abschließen können. Wie gesagt, aber ob das alles so Sinn macht, da schaut euch am besten das Video, welche Versicherung man braucht an. Da findet ihr noch viel mehr Infos, was Versicherungen eigentlich sind.